Hallo liebe Urlauber, Cuxhavener und Cuxclipser. Wieder neigt sich eine erfolgreiche Saison dem Ende. Hunderttausende von Urlaubern und Gäste hatten unsere schöne Stadt besucht und sich auch einquartiert, um ihre Ferien an der Nordsee zu verbringen. Nun haben wir die Gelegenheit an einem noch herrlichen Tag wahrgenommen, uns auf ein hohes Hafengebäude zu begeben, um mit dem Camcorder einen Rundschwenk in alle vier Himmelsrichtungen zu machen, um euch unsere Stadt einmal von oben zu präsentieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.